Moin Moin und herzlich Willkommen. Heute möchten wir dir zeigen, wie eine Akustikgitarre gestimmt wird. Dazu spannt ihr oder entspannt eure Saiten, bis die richtige Tonhöhe erreicht ist. Als Hilfsmittel ist zu empfehlen eine Stimmpfeife, Stimmgabel oder eine Smartphone App oder ein Stimmgerät. Dies ist der Ausgangswert, den wir nun bearbeiten müssen. B E E E E E E D D D A A A A E Nun ist euer Instrument gestimmt und ihr könnt volle Pulle abrocken. Vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.